Musik 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 Lieber Archie ist ein ganz besonderer Film der eine besondere Location verdient und wir fanden dieses wunderschöne alte Theater kommt dem sehr entgegen. Er hat jetzt, muss man sagen, durch die Rolle als Liberace sich durchaus ein bisschen neu erfunden und das ist auch das, was uns auch unglaublich begeistert hat in diesem Film. Musik 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 Ich glaube, die Rolle habe ich von ihm noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, das Spannende, dass er nicht nur wiederholt. Musik 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 Also ich gönn's ihm und ich freu mich wirklich, dass er das auch gemacht hat. Er spielt das wirklich ganz großartig und der ganze Film ist einfach herrlich hervorragend. Es ist eine der besten Parten, die ich noch nie hatte. Und es war eine wunderbare Erfahrung, es zu machen. Also für mich ist es so spannend, zu Deutschland zu kommen und zu Berlin zu sehen und zu sehen. Er ist so ein variabler Schauspieler und das macht ja auch solchen Schauspielern große Freude, mal etwas zu spielen, was ganz außerhalb ihres Charakters liegt. Das ist ja eine Herausforderung. Ich bin sicher, dass es keinen besseren hätte geben können für diese Rolle. Die zwei-time Oscar-winner Michael Douglas, wir sind sehr stolz und gefühlt, zu haben Sie hier mit uns in Berlin. Und danke für diese Zeit mit uns. Ich denke, das ist für mich. Ich denke, ich kann mich an Matt und sagen, Matt, did you read the script? Was hat er gesagt? Und er sagt, yes, ich did. Und ich sage, so, was flavor lipgloss do you like? Ich möchte zu sagen, DCM, die ist das Bild in Deutschland und Deutschland für den efforten, und danke, alle, so viel für heute. Das ist ein Film, das bedeutet viel zu uns. Ich bin total begeistert und glücklich nach diesem Film, aber auch nach diesem Interview jetzt mit Michael Douglas. Ich fand es so unterhaltsam und, ja, und ich weiß auch nicht, herzerfrischend. Ich bin ganz beeindruckt. Ich finde Michael Douglas sowieso großartig, egal was er macht. Und die Würde und die Offenheit, mit der er diese Rolle gestaltet, das finde ich sehr beeindruckend, also sehr warmherzig. Ich habe mehrfach auch geweint und dieses verzweifelte Ringen um Liebe, das ist der berührende Untertext, die Suche nach Liebe. Ja, das ist das Wien. Das ist sehr gut für das. Aber ich hoffe, dass wir uns viel zu uns zu uns machen und bis zum nächsten Mal wieder aufgewählt, bis zum nächsten Mal wieder aufgeworfen. Und dann geht's mir weiter! Ich bin echt gut. Was für Sie gesagt, Ich bin echt sehr gut bei mir. Und bis zum nächsten Mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020